Düdlidü, wir sind live hier auf der Ö3-Facebook-Seite. Düdlidü, ist mir gerade eingefallen. So, und wir wecken den Robert, weil, ich meine, Entschuldigung, morgen kommt das Christkind. Kann ich ja nicht verschlafen. Na, du kleine Schaumröllchen, willst du denn etwa das Christkind verschlafen? Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Wie bitte? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Na, ist doch voll süß, kleines Schaumröllchen. Ich bin nicht ein kleines Schaumröllchen, und was ist das? Das ist konstant mit einer Kamera ins Schlafzimmer kommen. Christkind is coming! Ich komm auch gleich. Wer gerne einen privaten Gabi-Hila-Weck-Dienst hätte? Niemand! Rufen Sie mich an! 0800... ...oder einfach drunter kommentieren. Ist auch okay. Los hier! Tschüss! Schaumröllchen! Ja! Bis zum nächsten Mal!